Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es fünf Gründe, warum ihr auf Fitness-YouTuber hören solltet. Und wer genau aufpasst auf diesem Kanal, ja, es gab schon ein Video, fünf Gründe, warum ihr nicht auf Fitness-YouTuber hören solltet. Und genau das gehört auch zur Philosophie und zum Programm auf diesem Kanal. Denn dieses Video hieß durchaus nicht, man sollte definitiv nie auf Fitness-YouTuber hören. Auch wenn so manch einer sicherlich deswegen kommentiert hat, weil er dachte, aha, endlich spricht es einer aus. Endlich sagt einer, dass die alle kacke sind und deswegen sollten wir nie wieder auf sie hören. Die Ironie dabei wäre, ich selbst gehöre irgendwo dazu, denn immerhin spreche ich durch dieses Medium zu euch. Heute also die fünf Gründe, warum ihr auf Fitness-YouTuber hören solltet. Gleich das gerne mal ab und dann nenne ich euch direkt den Ersten. Genau das Gleiche machen sie, was ich hier gerade mache. Ich zeige mein wunderhübsches Gesicht in der Kamera und werde euch nun einen bestimmten Sachverhalt erklären. Und wenn man nicht völlig verschattet in der Birne ist und so wenig Selbstwertgefühl hat wie ein Pfennig in Zeiten des Euros, dann wird man sicherlich nicht irgendeinen Bullshit von sich geben oder sich tunlichst vorher informieren über das Thema, was dann kommt. Und das ist auch tatsächlich der Trend der meisten Fitness-YouTuber überhaupt gewesen, seitdem es Fitness-YouTube gibt. Sie haben sich einfach nur einen Wikipedia-Artikel zu einem bestimmten Thema durchgelesen und danach ein Video darüber gemacht. Das ist die leichteste Art, wie man Fitness-YouTube gestalten kann. Weil ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass die meisten da draußen all das, worüber sie jemals berichtet haben, in der Birne haben, gelernt haben. Nein, ganz sicherlich nicht. Die meisten haben sich das Ganze einfach angeeignet und das so ungefähr zwei Stunden, bevor sie das Video gemacht haben. Das ist aber durchaus nichts Negatives. Das soll keine Kritik sein. Nein, das ist doch ein toller Service. Bevor ihr euch einen Artikel durchlesen müsst, haben die das also versprachlicht und ihr könnt es euch einfach anhören. Und deswegen insgesamt ist es eigentlich ein Indiz dafür, warum ihr auf sie hören könntet. Denn die meisten haben ein Selbstwertgefühl, werden mit ihrem Gesicht nun mal dafür gerade stehen müssen und deswegen sicherlich auch irgendetwas von sich geben, was irgendwo Bestand hat. Aber gut, nicht umsonst gibt es auf diesem Kanal genug Kritik, denn da kann es auch mal einige Fails geben. Dennoch grundsätzlich erst einmal ein Indiz. Nummer zwei. Sie zeigen euch durch die ganze Spannbreite, vor allem wenn es Kanäle sind, die schon hunderte von Videos rausgebracht haben, wie wahnsinnig tief die Materie des Bodybuildings, Fitnesstrainings, Krafttrainings, was auch immer man dahinter sieht, gehen kann. Das bedeutet, sie zeigen euch das Feintuning und wie viel Feintuning es gibt. Es ist durchaus kein oberflächlicher Sport. Und das seht ihr einfach daran, dass eigentlich über alles schon ein Video gemacht wurde und sicherlich nicht nur drei Videos, die sich immer wiederholen. Wie mache ich Bankdrücken, wie wichtig sind Kniebeugen und wie mache ich Kreuzheben? Nein, es gibt so wahnsinnig viele Sachen. Was macht diese Nuss und diese Fettsäuren mit eurem Körper und so weiter? Das Ganze hat natürlich einen riesengroßen Überschlag, denn dann, wenn wir uns davon verrückt machen lassen. Und das ist hier nicht die Message. Wer an diesem Informationsdschungel bzw. den Druck, der dadurch entsteht, selbst wenn wir mal die Fehlinformation ausfiltern, wer nun denkt, oh mein Gott, ich habe so viel zu beachten und das ist so ein Druck und das macht auch keinen Spaß mehr, der lässt sich davon zu sehr verleiten. Man muss nicht in die Perfektion gehen. Genauso wie ihr ein ganz normales Auto fahren könnt, einen ganz normalen kleinen Fiat fahren könnt. Ihr könnt aber auch den Fiat auftunen. Ihr könnt aber auch gleich direkt eine richtig dicke Karre holen und einen Porsche. Aber selbst der ist nicht optimiert, denn das Optimierte findet ihr dann in der Formel 1. Genau so könnt ihr es hier sehen. Man kann wahnsinnig viel machen, wirklich. An jedem Fitzelchen. Man kann alles abwiegen, jeden Reiskorn. Aber man muss nicht. Es ist eure Entscheidung, wie tief ihr eintauchen wollt. Und das Tolle an Fitness-YouTube und den Fitness-YouTubern ist, sie zeigen euch diese Spannbreite, weil sie immer wieder neue Themen entdecken und diese euch kundtun. Also lasst euch nicht verwirren und seht es eher als positiven Informationsfluss, um zu sehen, wo kann ich noch tiefer eintauchen. Fitness-YouTuber sind vielleicht nicht allwissend und können auch in einem Video nicht alles präsentieren. Dann müssten sie eine ganze wissenschaftliche Doktorarbeit schreiben und eine Abhandlung. Und selbst da gibt es immer wieder noch Graubereiche, die man dann auch erweitern könnte. Nein, seht die vielen Videos, die da entstehen, als Impulse. Seht es als die erste Argumentation, der erste Auftakt, die ersten Prämissen, die euch gegeben werden. Wenn also irgendjemand irgendetwas über ein Thema macht, und selbst wenn es ein Tutorial ist über eine bestimmte Technik, seht es als Anreiz. Das heißt, in diesem Raum, in diesem wissenschaftlichen Labor, ist da der erste Wissenschaftler, der das Labor betritt und sagt, folgendes Thema möchte ich vorschlagen. Bankdrücken. Das sind meine Thesen, wie man es machen sollte. Und dann treten die anderen Wissenschaftler rein und dazu gehört auch ihr. Und ihr könnt jetzt sagen, bei dieser einen Sache würde ich es anders sehen, das würde ich so und so machen. Aber ihr habt erstmal ein Thema, ihr könnt euch mal anhören, was dazu gesagt wird, ihr könnt euch die Kommentare durchlesen. Und das alleine ist der erste Schritt, um sich fortzubilden. Genauso macht man das. Genauso musste ich das früher machen. Ich musste mir dann die ersten Bücher holen, weil es einfach Social Media noch nicht gab. Das heißt 1997, 98, 99, wo auch selbst das Internet noch sehr spärlich vertreten war. Da musste ich mir einfach irgendwo meine Informationsquellen herholen. Und natürlich hat es sich nicht damit getan, dass ich ein Buch hole und dann weiß ich alles. Nein, dann fängt man an. Man taucht tiefer in diese Materie ein. Man kennt die Begriffe Bankdrücken, Grundübungen, Sätze, Wiederholungen und so weiter. Und dann nimmt man diese Stichwörter wieder und holt sich dazu andere Bücher, andere Meinungen und taucht tiefer ein. Genauso funktioniert das immer, wenn ihr in einen Bereich eintaucht. Und YouTube-Videos und die Fitness-YouTuber geben euch einen super Anlass dazu mit ihren Videos und mit den ausgewählten Themen. Nummer 4. Durch diese eingeschränkte Sichtweise auf die Persönlichkeiten, die die Fitness-YouTuber nun mal darstellen und sich nur in Seiten des Sports zeigen, nur im Fitnessstudio zeigen, nur zeigen, wie sie zu Hause für Bodybuilding kochen, entsteht eine Kunstfigur, die durchaus motivierend sein kann, vor allem für euch. Eine Figur, die mit absoluter Hingabe diesen Sport lebt. Und ja, jeder Fitness-YouTuber muss dann auch meistens weiter da reingehen. Vor allem, wenn er so viele Abonnenten hat, dass er dann zum Profisportler wird, beziehungsweise zum Profi-YouTuber. Dann lebt er das Ganze richtig. Und das ist irgendwie immer ein motivierendes Vorbild. Deswegen ist ein Sascha Huber oder auch ein alteingesessener Gürki nun mal irgendwo ein Vorbild, weil die diesen Sport so wahnsinnig leben, auf ihre Weise. Egal, wer es ist, ob es jetzt Massemonster sind, mit, ohne Zusatzhilfen oder sonst irgendetwas. Sie leben durch Fitness-YouTube diesen Sport so vor, egal wann man einschaltet, man sieht, sie motiviert bei der Sache. Und das, finde ich, greift ganz schön über und motiviert auch. Sicherlich eine tolle Sache an Fitness-YouTube. Und bevor wir zu dem fünften und letzten Punkt kommen, bin ich sehr gespannt auf die Dinge, die ihr an Fitness-YouTube schätzt. Wir haben gemeinsam oft genug über die Fitness-YouTuber oder Fitness-YouTube gelästert. Und ihr kennt meine Einstellung dazu. In fast jedem zweiten Video erwähne ich mal irgendetwas Sarkastisches, Zynisches, Ironisches über Fitness-YouTube. Und das, was es leider auch Negatives mit der ganzen Fitnesswelle gemacht hat in den letzten 10 bis 15 Jahren. Dennoch gibt es auch positive Dinge. Und ich bin nun mal kein Schwarz-Weiß-Maler. Auch dafür ist dieser Kanal bekannt. Und es gibt viele Dinge, sonst wäre ich auch nicht mit eingetreten in diesen Sündenpfuhl und Sumpf, die recht positiv sind. Vor allem für eine ganze Generation, die dadurch leichter Informationen bekommt. Aber bitte, schreibt mir in die Kommentare, was die Dinge sind, die ihr an Fitness-YouTube schätzt. Und diesmal beschränken wir uns mal auf das Positive und nicht auf das Negative. Das Negative könnt ihr dann anschließend machen bei dem Video, wenn ihr euch das nochmal anschaut, von den Dingen, die ihr definitiv nicht von Fitness-YouTubern abschauen solltet. Und dann bin ich gespannt, was eure Top 5 sind oder was ihr von meinen Top 5 haltet. Seht ihr das genauso? Oder sind das eigentlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogene Vorteile? Und damit kommen wir zu Platz 5. Weil was mag das wohl sein? Die individuelle Vielfalt, die aufgezeigt wird durch die unterschiedlichen Meinungen. Viele von euch immer wieder bekräftigen in den Kommentaren, dass sie unglaublich verzweifelt sind, weil doch alles sich widerspricht. Weil doch alle Leute irgendwie was anderes sagen. Und jetzt hören sie einfach auf, niemanden mehr. Es macht doch keinen Sinn, sie machen ihr eigenes Ding. Jeder sagt ja was anderes. Wer hat nicht schon mal eines dieser Zitate gehört oder von sich gegeben? Das nenne ich hier mal als positiven Effekt. Ja, wie das denn? Ich dachte, das wäre so negativ. Wenn die sich widersprechen, wie kann das positiv sein? Es zeigt die individuellen Trainingswege auf. Denn wenn man erst mal begriffen hat, dass das nun mal ein Sport ist, der individuelle Ausführungen hat, die zu individuellem Erfolg führen, dann weiß man es zu schätzen, dass man diese Spannbreite auch mitbekommt. Blöd wäre es ja jetzt, wenn man merken würde, wir sind alle unterschiedlich, reagieren auf unterschiedliche Sachen, aber wir haben nur ein Regelwerk, das wir befolgen können und werden gar nicht inspiriert, was denn auf andere Körpertypen zutrifft. Hier findet ihr nun verschiedene Ansätze, verschiedene YouTuber, die von ihren Erfahrungen berichten oder irgendwelche Studien weitergeben oder Erfahrungen weitergeben von anderen. Und dadurch wird euch die ganze Spannbreite aufgezeigt. Das heißt, wer auch immer mit dem einen System nicht zurechtkommt, findet einen anderen, geht danach und tadaa, es funktioniert ganz plötzlich. Und das ist eine tolle Sache. Natürlich ist völlig klar, dass das System, das ich hier präsentiere, obwohl ich es nicht erfunden habe und immer wieder betonen muss, das gängigste ist und die meisten Erfolge natürlich erzielt. Aber ich lasse durchaus Raum für die anderen. Ihr wisst es zu nehmen. Und wer jetzt wissen möchte, was denn die fünf Dinge sind, die auf gar keinen Fall euch von YouTubern abschauen sollt, dann schaut euch dieses Video hier an, direkt weitergucken und definitiv das nicht unbedingt befolgen. Ansonsten, wenn euch so ein Video gefällt, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, ganz wichtig. Und natürlich schaut gerne bei Protein Arena vorbei und spart 15 Prozent. Das war's von mir. Bis bald, euer Gotti. Das war's von mir.